Den blauen Elefanten von Schmitz Cargobull, dem europäischen Marktführer für Anhänger und Trailer, hat vermutlich jeder schon mal auf dem einen oder anderen Lkw gesehen. Wir sind heute im Horsmar, um zu schauen, warum es sich lohnt herauszufinden, welcher Arbeitgeber und welche vielleicht auch außergewöhnlichen Karrierechancen hinter dem blauen Elefanten stecken. Wir sind ja heute hier, um über das Thema Karriere oder insbesondere Karriere bei Schmitz Cargobull zu sprechen. Was macht Schmitz Cargobull zu einem attraktiven Arbeitgeber? Ja, ich glaube, wir haben hier eine ganz besondere Kultur. Wir sind hier auf der einen Seite ein sehr großes Unternehmen. Wir beschäftigen weltweit knapp 6000 Mitarbeiter an unterschiedlichsten Standorten. Wir haben eine entsprechende Größe. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich noch ein westfälisches Familienunternehmen mit den Wurzeln hier in der Region. Und wir haben es geschafft, uns als Schmitz Cargobull immer diese kurzen Entscheidungswege, das schnelle Agieren eines Familienunternehmens, aber trotzdem in einem großen Konzernverbund tätig zu sein, behalten. Und ich glaube, das macht uns ja auch attraktiv für Kandidaten. Sie sind ja gerade dabei, eine neue Recruiting-Strategie haben Sie entwickelt, um gerade mehr auch Fachkräfte aus der IT-Branche anzusprechen. Was macht Ihre Strategie da so besonders? Ja, wir haben erstmal das Grundproblem, dass wir gewisse Berufsgruppen schon Schwierigkeiten haben, sie zu finden. Also wenn wir gerade mit Blick auf Digitalisierung schauen, also wenn wir für Elektronik, Elektrik, Systementwicklung, autonomes Fahren, E-Mobilität, Embedded-Software-Programmierung dort Fachkräfte suchen, haben wir einfach in der Vergangenheit gemerkt, es ist ein bisschen schwierig, da sind wir nicht der erste Arbeitgeber. Die Leute kommen nicht sofort auf uns. Sie haben ja gerade schon angesprochen, eine Vielzahl an Mitarbeitenden, die bei Ihnen beschäftigt sind. Warum sollten gerade junge Fachkräfte aus dem IT-Bereich oder Ingenieure und Ingenieurinnen sich für eine Karriere bei Schmitz Cargobull interessieren? Ich glaube, weil Sie bei uns idealen Arbeitsbedingungen vorfinden. Ich hatte gerade schon erwähnt, wir sind ein sehr großer Konzernverbund, das heißt, wir haben eine gewisse Internationalität und Größe und eine Perspektive, die unseren Mitarbeitern dadurch auch ermöglichen. Und auf der anderen Seite haben wir genau die Berufsfelder, die Sie angesprochen haben, gebündelt in einer kleinen Firma, wir nennen das die Schmitz Telematikeinheit, zusammen mit unserer Systementwicklung. Und wir haben dort bewusst einen Bereich aufgebaut, der auch etwas losgelöst von einem größeren Konzern agieren kann, wo wir sehr agil arbeiten, wo wir mit neuen Methoden arbeiten können, um sozusagen da ja auch das kreative Arbeiten zu ermöglichen. Und das Ganze bieten wir noch mit dem Rückhalt eines Familienunternehmens an und natürlich noch letztendlich hier in der schönen Stadt Münster, was ja bekanntlich eine der lebenswertesten Städte sogar auch, glaube ich, auf der Welt ist. Und von daher bieten wir da, glaube ich, einen sehr guten Arbeitsbedingungen an, genau für diese Berufe. Wenn man dann einmal die Karriere bei Schmitz Cargobull anfängt, welche Entwicklungschancen bieten Sie Ihren Mitarbeitenden? Also die Entwicklung liegt uns besonders am Herz unserer Mitarbeiter. Wir haben vielfältigste Programme. Also es ist so, dass wir sowohl fachliche Inputs liefern und fachliche Karrieren aufbauen, als aber auch persönliche Entwicklungen. Also wir gucken da immer sehr genau hin. Wir bieten natürlich aufgrund der Größe, die wir haben, viele Entwicklungsprogramme. Das heißt, es gibt Job-Votationen. Wir gucken auch auf unsere eigenen Potenziale und haben großes Interesse daran, diese Potenziale zu fördern. Wir bringen die halt auch, begleiten die und bringen die in andere Positionen. Und von daher tun wir sehr viel. Bis hin zu Sprachtrainings, Kulturtrainings, weil wir eben halt auch in anderen Ländern unterwegs sind. Also von daher wird bei uns Entwicklung sehr groß geschrieben und wir unterstützen das. Warum sind Sie davon überzeugt, dass Schmitz Cargobull auch in zehn Jahren noch erfolgreich am Markt tätig sein wird? Ich glaube, uns alle treibt hier unsere Vision um, dass wir immer die innovativsten Transportlösungen für unsere Kunden erarbeiten und umsetzen. Und wir haben das Markenversprechen, dass wir zuverlässig sind. Das ist das, was uns als Familienunternehmen auszeichnet. Und wir sind aber auch innovativ und arbeiten mit unseren Kunden auch an innovativen Transportlösungen und setzen die auch für die Zukunft um. Und dafür haben wir hier die perfekten Strukturen für diese Berufe geschafft. Sie haben ja gerade auch den Standort hier angesprochen und Sie sind ja auch sehr verknüpft in der Region. Sie sind Teil der Initiative Industrie. Warum sind Sie davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, sich mit anderen Unternehmen aus der Region zu vernetzen und auszutauschen? Ich glaube, die Vernetzung, gerade auch über den Industrieverband, halte ich für sehr wichtig, weil ich glaube, dass die komplette Industrie gerade sehr in einem Umbruch ist. Ich glaube, jede Industrie fragt sich gerade, wo geht der Weg mit Digitalisierung hin, was ist mit Nachhaltigkeit, was ist mit CO2-Einsparung etc. Und ich glaube, da entsteht ein ganz neuer, nachhaltiger Wirtschaftszweig. Und insofern finde ich es sehr wichtig, dass auch alle Unternehmen in diesem Industrieverbund sich entsprechend vernetzen. Und auch gerade mit Blick auf die jungen Absolventen auf sich aufmerksam machen. Und sagen, wir sind auch ein attraktiver Arbeitgeber und die Industrie geht auch einen neuen Weg in einen nachhaltigen Wirtschaftszweig. Welche Rolle spielen internationale Märkte für Ihr Unternehmen? Könnte ich auch im Ausland zum Beispiel für Schmitz Cargobull arbeiten? Auf jeden Fall. Also Ausland ist für uns ein wichtiges Standbein, weil es ist auch Bestandteil unserer Wachstumsstrategie. Wir expandieren gerade in ausländische Märkte herein. Und wir haben ja elf Produktionsstandorte und fast 40 Vertriebsstandorte weltweit. Also wir haben Werke auch in Spanien, in der Türkei, in UK. Also wir haben überall die Möglichkeiten, auch internationale Karrieren aufzubauen und zu fördern. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Deutschland anfangen würde, könnte ich mich auch dazu entscheiden, möglicherweise noch im Ausland dann meine Karriere fortzusetzen? Ja, na klar. Das würden wir dann entsprechend planen und auch gewisse Relationen machen. Klar, das ist möglich. Super. Vielen Dank für das Gespräch und für den Tag heute hier. Dankeschön. Die Industrie bildet einen unersetzlichen Teil der Wirtschaft in unserer Region. Schmitz Cargobull zeigt, warum es sich lohnt, auf der Suche nach einem attraktiven Arbeitgeber hier genauer hinzusehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.